So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream. Und wie ihr seht unten rechts, der Zuschauerrekord wurde geknackt. Wir hatten vorher 50, jetzt haben wir 56 als höchstes Ziel. Und natürlich hatte ich dann gestern auch direkt den Skin rausgehauen, beziehungsweise ich hatte ja auch gesagt, wenn wir einen Zuschauerrekord knacken, und ihr wollt zum Beispiel wie heute, heute wäre die Beast-Schützin, wenn ihr die natürlich nicht haben wollt, könnt ihr euch natürlich auch die Magma-Tarnung holen, schwer beschäftigt, also zum Beispiel schwer beschäftigt mit Rage-Quit oder Schlendern dabei. Das ist halt alles möglich, alles so im 800-Wiwax-Bereich. Und für die, die jetzt wieder sagen, ja, aber du hast ja nur noch 2.800-Wiwax. Ja, aber dann muss ich mir halt Wiwax holen. Also, bleibt da ganz entspannt. Erstmal danke an alle, die gestern halt da waren, weil ihr macht das Ganze natürlich möglich. Finanzieren lässt sich das Ganze natürlich auch, in Anführungszeichen, nur durch euch. Klar, ich kann auch mein eigenes Geld reinstecken, aber ich kann euch sagen, es bleibt genug Geld hängen. Also, danke an alle, die Subs verschenken, selber Subs da lassen, oder auch Bits spenden, oder auch nur das Video wirklich zu Ende gucken, Like da lassen, jedes Video von mir angucken. All das führt dazu. Und natürlich, ihr wisst es selber, mein Creator-Code. Einfach yt-familyhack. Familyhack. Jeder Einkauf unterstützt mich da natürlich auch ein kleines bisschen. Es ist zwar nicht so viel, aber es passt schon irgendwo. Und wie gesagt, klar ist, ich denke mal, das haben wir jetzt kurz nach 6. Ich muss heute leider länger arbeiten. Deshalb ist heute alles so ein bisschen später. Ich denke mal, dass so spätestens halb 7 da sein werde. Und wir haben heute auch noch eine V-Bucks-Aufgabe. Und die ist bei Level 116. Ja, da werden die meisten nicht sein. Aber es gibt halt 40 V-Bucks dafür gratis. Also in dem Sinne, auch für die Rette die Welt-Spieler heute gibt es definitiv wieder mal 40 V-Bucks. In den letzten 30 Tagen haben wir da mal gerade lächerliche. Hört genau hin. 295 V-Bucks bekommen. Also Rette die Welt ist derzeit bei Epic Games anscheinend ganz unten durch. Aber wir kennen ja auch den Timer. Der geht mal hoch, der geht mal wieder runter und hat mal nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, erstmal danke für alle, die jetzt schon wieder bis zum Ende da waren. Mal gucken, wie wir gleich alles im Streamen so sehen. Und denkt dran, Streamen ist unten in der Videobeschreibung. Gerne Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Livestream auf Twitch. Also in dem Sinne, haut rein.